und moin youtube ich habe mir gedacht ich mache jetzt mal kurz hier auf twitch live stream und mache auch auf youtube werde ich das ja auch hochladen weil ich mir gedacht habe ich muss euch mal erklären warum ich jetzt zurzeit nicht so viele streams mache und erst mal auch nicht machen werde ihr habt ihr mitgericht zurzeit habe ich ja ziemlich wenig streams gemacht wenn ich mal streams gemacht habe waren sie ziemlich kurz ich werde mich jetzt erst mal von der internetwelt zurückziehen vielleicht kommt auch mal ab und zu mal ein livestream und auch hier auf youtube auch ein video weil ich jetzt zurzeit wieder oder auch ja weil ich auch ist wieder mehr zeit draußen verbringe ich bin jetzt zurzeit viel bei meiner freundin habt ihr mitgekriegt und habt ihr auch kennengelernt letztens der schöne live stream auf dem balkon und auch der kopf stream habt ihr sehr kennengelernt und ich werde jetzt auch mehr zeit mit meiner familie verbringen sprich mit meiner oma meiner mutti die ferien die sommerferien die letzten jetzt kam es auch wenig live streams weil ich war da zwei wochen im urlaub das war einmal in hamburg und auch einmal in singen baden-wittenberg ich werde vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen aktiver werden auf youtube und auch auf twitch aber zurzeit fühle ich das eigentlich einfach gar nicht mich jetzt hier so zu hause alleine hinzusetzen und jetzt zocken und mit den live stream hier spaß zu haben klar ich habe bock mit euch hier wieder abzureißen und wieder die alten seiten seht ihr ja sie oft hieß habe ich ja eigentlich auch bock mit meinen old schooler batzi batz auch mal wieder eine runde zu spielen sie oft hieß wie es ja damals angefangen hat ja vielleicht kommt das bald wieder könnte sein aber ihr wisst schon also was ich ja euch im kopf stream auch gesagt habe an weihnachten gibt es ja auch einen schönen backstream ja wie gesagt ich bin viel bei meiner freundin gerade weil ich genieße es in familie weil ich sehe meine freundin als familie ist familienmitglied da bin ich viel mit ihr unterwegs und ja ich hatte eigentlich geplant auf dem forstfest kamens kirmes dann schön ihl stream zu machen weil ich fühle ihl stream schon die machen schon echt bock ich habe sie bei monte gesehen bei der gamescom beim wildpark schwarze berge und so und da habe ich das auch mal gemacht und hat mir ziemlich bock gemacht damals wo ich draußen war mit einem kumpel war da ja auch dabei da sind mehr durch ein lausitz center gegangen hier neuer swerder und waren auf dem familienpark haben uns dann offen auf dem parkplatz dach gechillt und ja gestern oder war es heute hier heute war es habe ich ja auch ein handy stream gemacht weil ich hatte da zeit und dann dachte ich mir okay meldest du dich einfach mal auf youtube und auf twitch jetzt melde ich mich mal hier persönlich dass ihr mich wieder seht keine sorge mir geht es gut mir ist nichts passiert aber wie schon erwähnt habe ich zurzeit wenig bock hier in mein zimmer zu hocken aber sie oft die streams hätte ich schon extrem bock da mal wieder rein zu gehen sage ich euch ganz ehrlich aber zurzeit jetzt ist da ist der bock riegel oder der bock strahl noch hier ich warte nur auf den moment besser dann hier ist oder sogar drüber ist wo ich dann richtig bock habe und ja ich wollte euch nun mal gesagt haben und eine sache möchte ich euch noch sagen das ist nämlich passiert in der inaktivität phase montag hat seinen eigenen können herausgebracht oder besser gesagt energy leider leer kann ich leider nicht im stream trinken da wollte ich euch mal eine kleine umfrage starten hier auf youtube das geht jetzt speziell auf die youtuber jetzt auf youtube zu gucken welche sorte von können die schmeckt euch am besten das würde mich extrem mal interessieren bei mir hier ist es zurzeit raspberry cheesecake die schmeckt mir extrem lecker und auch tropical exotic schmeckt mir auch ziemlich gut und natürlich auch der blaue der steht aber gerade hier drin oder da oben steht er sogar der schmeckt mir auch extrem gut aber mein favorite ist raspberry cheesecake und dann nah dran ist tropical exotic und dann nochmal ein bisschen nah dran ist dann auch blue baby coconut welche geschmacksorte ist eure euer favorite das diese worten verabschiede ich mich sogar schon wieder ja ich wollte euch nur noch mal gesagt haben warum ich jetzt zurzeit wenig aktiv bin vielleicht starte ich wieder mal ein irl stream lauf hier ein bisschen mit einem oldschooler mit einem kumpel mal ein bisschen hier durch meine hood und ja ihr habt ja noch andere youtuber und andere twitch streamer wie monte knossi und noch andere also bespaßt euch erstmal bei denen dann irgendwann komme ich wieder hier auf twitch und auch hier auf youtube also ich bedanke mich wirklich fürs zugucken und ich melde mich bald wieder ihr hört auch mal was auf instagram da hat er schon ein bisschen mehr von mir also haut rein und schönen abend und schönen tag noch tschüss